Also, zwei Möglichkeiten. Ich bin komplett lost und raff gar nichts und bin geistig eingeschränkt, Version 1, Version 2. Die Jungs haben sich einen ganz schlechten Witz gemacht und haben das hier an meinen Schreibtisch gelegt. Was ist das? Und wieso liegt es an meinem Schreibtisch? What the fuck? Wieso liegt so ein kleiner Baggy mit weißem... Ist das Protein? Was ist das? Und jetzt so real talk, also jetzt mal ohne Witz, wo kommt es her? Was ist das? Wieso liegt es da? Und fröhlicher involved ist das eine Video mit dem, was wir sehen, was wir Which One will